Wir haben erkannt, dass wir die Welt mitgestalten. Für einen älteren Herrn wie mich ist es schön zu erkennen, dass meine Kinder vielleicht in einer besseren Stadt leben werden. Dieses Bauwerk kostet weniger als zwei französische Kampfflieger. Ich glaube, dass diese Architektur in ihrer Strenge den Blick sehr schulen kann. Was wir hier machen werden, ist sehr wichtig. Nicht nur Architektur, sondern vor allem Arbeit am öffentlichen Raum. Entstanden ist eine Mischung aus Aussichtsturm, Museum, historischem Monument und dem Andenken an all die Menschen, die vor uns in dieser Stadt gelebt haben. Das ist die Qualität des Parks und des Gebäudes, dass die soziale Mischung gefördert wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017